Hallo Nostakafurtz. Maggie erklärt euch, was Denkmemes sind. Wir haben gerade so ne Compilation geguckt. Denkmemes sind Emotionen, die ausgelöst werden durch merkwürdige Dinge. Ich weiß nicht. Fuck auf, Normies! Ich versteh's einfach nicht. Was für Denkmemes? Ich weiß nicht, was Denkmemes sind. Ich habe es auch nach dem Video nicht verstanden. Und vor allem habe ich den Reiz daran nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was das mit Autisten zu tun hat. Was hat das mit Autisten zu tun? Das lernen sie dir halt auf deiner Waldorfschule nicht. Nee. Mit deinem behüteten Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Das verstört mich einfach nicht. Na gut. Die Frage bleibt offen. Kann ich das bitte jemand erklären?